Bis Leute, was geht ab? Ich bin's, Justin und heute ficken wir es an. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Heute probieren wir alle Getränke aus. Ihr seht ja schon, Soda und alles und Gatorade. Wir probieren einfach alles aus. Bis wir treffen uns... Und Teil 2, dann probieren wir alles an. Süßes aus. Ja, genau. Ich auch. Okay, dann sehen wir uns beim Kühlschrank. Dr. Flip. Fahrer kackt. Okay, jetzt sind wir hier. Als erstes würde ich... Wer fängt an, wenn wir testen? Okay, ich bin zu dumm. Okay, halten wir die Camp. Also, als erstes würde ich sagen, testen wir irgendwas. Als erstes testen wir... Get the Raid. Ihr kennt es alle wahrscheinlich... Ich bin zu. Erkennt es wahrscheinlich alle von Spar. Testen? Hm? Äh... Er hat's halt du kennst. Legau. Und? Kampf ist es halt. Es gibt ja so ein... So, gibt's auch schon. Ja, das gibt's auch schon. So, als nächstes testen wir... So was. Es funks du auch. So etwas. Okay, ich mach das doch mal rein. Nix. Okay, Leute. Könnte auch ein bisschen besser sein. Könnte auch ein bisschen besser sein. Alles klar. Alles klar. Ich lasst mich raus. Okay, dann... Kommt. Ihr kennt es alle, Leute. Cooler Tag. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Hieß gar nicht. die kohle schiebt so jetzt wird die sind lesen also ja kohle lesen kohle wartet ist immer wahrscheinlich sieht er es nicht die zogern vorhanden muss den schluck muss man genießen oder die schwingen als nächstes anstrengen das nächste getränk Naja, 6x ist leider geworden. Nicht gut, oder? Ja. Viel Spaß. Das Getränk ist... Also das Getränk ist... Scheiße, wie saß du am Blitz? Mann, damit sei alles. Das Getränk habe ich von Max. Ihr kennt wahrscheinlich schon den Brank. Bei 150 Likes kommt der zweite Teil vom Brank. Aber jetzt... Okay, wer... Jetzt kommt... Ihr kennt das auch alle? Sprite! Fette Dose Strikinger. He's gonna shake, 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 shake. He's gonna shake, 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 shake. Das Bitzelt ein bisschen. Was tut's? Ab... Was der auf der Zunge ein bisschen Bitzeln... ...werdest du zu machen. Wer mag ein Eis von euch? Hä? Falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist Detlef. Wir sind unter mir, die wir haben Klaus-Kerzeck. Ja. Okay, warte, jetzt ist das wieder rein. Oh! Kennt auch, was die da eigentlich... Soda! Orangensaft. Fangen wir dann? Ja, die fangen wir. Achso. Ich mag die Getränke da, wo noch keiner ausgedrungen hat. Na gut, das nächste... So ja, aber wo ist das? Das ist verwichst, das ist gut. Das machen wir dann drin. Haben wir noch was? Ne. Okay, das war jetzt mal der Kühlschrank. Und warte! Das müssen wir nur riechen. Er kennt, vielleicht kennt ihr das auch. Boah, das ist lustig mit Banana. Das braucht echt noch Banana. Okay, und ich würde sagen, wir sind gleich drin. So, wir haben wieder Druck. Okay, geht. Was ist verdruckt? Alles klar, wir haben wieder hier. Da unten liegt mein Karavilli. Und er gibt es dem Tisch. Und es muss man. Nein, er gibt es ja immer. Okay. Alles klar, ne? Also, ich darf jetzt sagen, wir probieren erst mal das. Oh Mann, ne, ne. Ich muss auch schon machen. Schwankes. Ich muss auch schon machen. Ja, du hast schon... Nein, ich muss gerade auch schon machen. Ich muss auch schon machen. Alter, ich hab schon mal. Du hast gerade das letzte aufgefangen. Ja, es schmeckt ein bisschen bitter. Aber wieso hast du den Blitz an? Ich hab ja den Loll. Komm mal aus. Digga, wieso ist das jetzt auf einmal so hell bei der Videokamera? Eklig, das gibt es RANK in EU-West. Nein, du weißt ja nicht. Ich darf es trinken. Sag mal, für 10 Sekunden im Mund. Nein, du weißt ja nicht. Nein, du weißt ja nicht. Nein, du weißt ja nicht so. Nee, du weißt ja nicht. Ich nut mir ein ganzer. Schiebe noch kutze, r acontecendo. Jetzt geht es ja dann auch zum bümin, oder? Okay. ás bitte komm. Äpfelshaft. immer wieder gut immer wieder gut er ist schon unter ein ganz schönes glas holz oder holz oder holz oder holz und heute mal was kann denn das ich weiß gar nicht was es ist es kommt schon gut das müsst ihr leiden die camp ist ein bisschen angst das macht nichts ein dicker voller genuss das war's mit dem video heute meint es geht so das war bei 150 links kommt der zweite Ciao!